Das Geile an einem Trainingspartner ist, sofern er, er muss nicht unbedingt besser sein als ich, aber er darf nicht so rumpennen. Und meine Frau ist natürlich nicht stärker als ich, aber die ist eine Powerfrau und die motiviert mich. Und eigentlich habe ich gar keinen Bock heute schwer zu trainieren, aber sie hat gerade ihren Rekord um 10 Kilo gebrochen. Statt 70 Kilo auf der Hammerstrans Flachbank hat sie 80 Kilo gemacht, 10 Wiederholungen. Und deshalb habe ich jetzt auch Bock. Ich habe jetzt 180 drauf, klar, man muss ja mehrmals, ja klar. Aber mein Rekord war 8 Wiederholungen und ich versuche jetzt 10 zu machen. Wenn es nicht klappt, nicht schlimm. Jeder Sieger da draußen wird auch mal versagt haben. Es gibt nicht einen, der immer gewinnt. Aber ihr könnt, glaube ich, nicht gewinnen, wenn ihr euch nie einer Herausforderung stellt. Oder was wollt ihr dann gewinnen? Move! Ready? Hup! Puff! Puff! Ahaha! Easy! Ah! Das ist gut!